hallo da sind wir wieder und zwar haben wir heute hier ein schönes led panel ja was ich mal wieder im internet mir zurecht geschoppt habe und zwar ist das von brilo und genau das schauen wir uns in diesem video mal an hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video hier beim bastelbruder ich habe mir jetzt genau für diesen platz von wo ich jetzt hier filme ja ein led panel bestellt weil es teilweise ja wie man sehen kann doch schon ein bisschen dunkel ist ich habe zuvor auch schon hier vor über mir ein led panel gehabt leider hat das auf einer ecke den geist aufgegeben und war da nur noch rum am flackern und deswegen dachte ich mir das muss mal was neues her das ist jetzt ein schön kleines panel ich bin mal gespannt ich habe es noch nicht ausgepackt das waren jetzt habe ich das geholt auf amazon ja und das waren jetzt noch nicht mal 30 euro die ich dafür ob es hier zugeklebt das war noch nicht mal 30 euro die ich jetzt ja hierfür da gelassen habe ich kann euch nicht sagen ob das jetzt wirklich teuer ist doch günstig ist jedenfalls ja eines der günstigsten die ich jetzt da gefunden habe und darum dachte ich mir das reicht eigentlich aus meine zwecke so styropor drin ja von daher dachte ich mir der sache mal eine chance geben das ist ja doch wirklich kleiner als ich dachte bin ich dann auch mal gespannt wie das aussieht wenn das leuchtet vielleicht werden wir das mal hier gleich kurz anschließen uns einfach mal anschauen ja doch relativ einfach gehalten einfach nur mit dem bügel hier die schraube muss noch mal lösen dann rechts und links einfach nur die schrauben das quasi ja zum bügel der an der decke hier befestigt wird wo die lampe dann einfach nur ja quasi so sagt eingehakt wird und dann festgeschraubt wird und das war es eigentlich schon hier haben wir jetzt den transformator schon gut angezogen relativ einfach gehaltenes produkt das ist der transformator hier werden die 220 volt angeschlossen aus der steckdose beziehungsweise von der decke einfach nur der nullleiter und die phase hier angeschlossen wird er dann gibt es hier nicht ich werde das hier ja komplett weglassen werde auch die klemme weglassen weil ich da oben an der decke habe ich ja bereits die leitung hängen mit zwei wagen klemmen ist wirklich einfacher einfach nur die wagen klemmen einzustecken und gut ist ja wir finden jetzt jetzt hier bei mir eine garage das ist quasi direkt über den platz von wo aus ich jetzt das video gemacht habe und da kann man dann direkt sehen dass ich hier die leitung hier aus dem verteiler schon vorbereitet habe mit zwei klemmen dran wo ich vorher halt mein größeres led panel dran hatte und genau hier über mir soll halt ja dieses led panel angebracht werden ich habe die klemme jetzt hier ja einfach mal davon gelöst wie man sehen kann beziehungsweise was ich gemerkt habe ist dass die schrauben hier ja auch schon über gestanden haben in dem moment wo es festgeschraubt war deswegen würde ich auf jeden fall vorschlagen solltet ihr diese mitgelieferte klemme hier verwenden würde ich auf jeden fall diese auch in der dose belassen ich werde die klemme nicht benutzen ich habe jetzt hier abgeschraubt habe mir hier ja noch ein bisschen luft verschafft die noch ein bisschen auseinander gemacht hier noch ein bisschen von der pelle abgelöst und ich werde bei mir einfach nur die vorhandene vago klemme benutzen die ich jetzt bei mir schon an der decke angebracht habe dann werde ich jetzt gleich mal ja direkt über mir hier zwei löcher bohren wird die wird den bügel da anbringen die lampe einfach zack einhaken und werde die dann fest schrauben und ist gerade noch eingefallen dass eine möglichkeit habt ihr so groß die kabel durchzuführen denn wenn man guckt wenn die klemme hier ja einmal richtig komplett drin sitzt sagt hat man hier gar keine luftlücke mehr um kabel durchzuführen deswegen habe ich mir gedacht ich nehme einfach mal metallbohrer und bohren mir hier mal ein loch an noch einfacher jetzt werde ich den kompressor mal ein bisschen abblasen jetzt haben wir doch schön sauber und noch einmal die löcher in der decke bohren so leute das war es dann soweit die lamp hängt ich habe es auch gleich mal ausprobiert wenn man jetzt mir hier immer auf den tisch guckt kann man schon sehen dass es hier ja etwas bessere beleuchtung ist als es jetzt vorher der fall war ich muss euch ganz ehrlich sagen für bei mir in der garage finde ich die lampe super aber ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich mir sowas in meinem wohnraum jetzt aufhängen würde wenn man das ein bisschen zu klein und demnach auch ein bisschen zu wenig licht ausbeute was das angeht für meinen kleinen bereich hier reicht das vollkommen aus das war es wieder soweit von mir vom bastelbruder wir sehen sie beim nächsten video bis dann ciao bis dann